Vorab, ich bin ein synthetisches Video, basierend auf künstlicher Intelligenz der führenden Digital Marketing Plattform OMKB. Ich arbeite noch im Lernmodus. André Alpar ist ein Unternehmer, Investor und Keynote Speaker. Seine Schwerpunkte liegen im Content- und Performance Marketing und im multilingualen SEO. Unter anderem hat André Alpar Performix, die Hitflip Media Trading GmbH und einen Hörbuchverlag gegründet und war drei Jahre lang Online-Marketing-Berater bei der Rocket Internet GmbH. Auf der OMKB in Berlin im April 2022 unterhielt sich André im Fireside-Chart mit OMKB-Host Sharp Hosaini über seine Investment-Strategien, die Rolle automatisiert generierter Texte im Content-Marketing, die zukünftige Gestaltung von Assistenzsystemen und das Rennen der Tech-Giganten um die Vorherrschaft in eben diesem Bereich.